No matter how hard I try, try Äh, hallo und willkommen zu, äh, Was ist das? Drunken Bar Fight. Ja, kacken. Ja, das ist mal was. Fängst du den? Ja, wer drüber? Oh Gott. Äh, Pan. Äh, was? Ich, nein. Komm her. Geh weg, ich, ich kaufe China Null. Ah. Habst du mir geschwächtet? Boah, was? Warte, ich hab hier, ich hab hier einen Stock. Oh Gott. Alter, Pan, was machst du denn da? Oh Gott, Pan, Pan, was machst du? Oh Gott, Hilfe. Du hast den über die Tresen geschossen, Pan. Oh Gott. Raus. So, pass mal auf jetzt hier. Ja, Baby. Auch hier. Na? Alles klar? Kirby? Guck mal. Guck mal, Kirby. Hä? Was? du hast mich das letzte mal provoziert hat keiner gesehen willkommen zurück Curry wie geht es dir scheiß hochzeit oh mein Gott das geht frohs Neues wow bist du gestorben Kimi ähm geht das nicht so was machst du da ja ich finde es der Korknacht die Apfelmann hat die scheiß Korknacht man was soll der scheiß oh mein Gott das ist scheiß lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe das gibst du nicht ey hallo haben sie noch Sekt hä au oh Gott der ist nach oben geflogen ja ok pass auf pass auf pass auf nicht sterben fahren fuck wie auf dich so hä hallo entschuldigung entschuldigung hallo 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 was ist das geile was machst du da ich mach mit ich mach mit ja da kommt keiner oh Tschüss Oh warte mal Telefon geht ok warte kurz ähhh Ja, wir sind noch auf der Hochzeit, also Tobi, du laberst jetzt scheiße, warte zuhause auf mich, habe ich gesagt. Okay, einer ist weg, einer ist weg. Warte, warte, vielleicht klappt das ja bei ihr. Nein, du hast sie geschlagen, warte, lass sie mal kurz. Entschuldigung. Was machen die denn? Ey, was machen die jetzt? Sollen die scheiße? Oh Gott, jetzt können wir nicht hochladen. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, ja, triumph, oh Gott. Flieg, oh nein, sie fliegt einfach. Hallo und herzlich willkommen zu heute neuen VR-Dings, Let's Play. Da ist gerade jemand gelaufen, wer war das denn? Was, oh Gott, hör auf, in dem Raum. Nein, ich sehe nur weiß. Oh Gott, machen wir nicht fertig. Soll ich hier gerade sein? Oh Gott. Der Schatten sieht so ekelhaft aus von einem selber. Ich habe eine Sanduhr. Herzlich willkommen zurück. Guck mal, was ist das da hinten? Das sieht scheiße gruselig aus im Dunkeln. Kann ich da irgendwie zu dir hin... Oh mein Gott! Hey, wo bist du? Hinterläufe! Mach du Scheiße! Mach doch keinen Scheiß, du kannst dich doch hier einfach hinterleportieren. Siehst du mein Buch? Ja, ich sehe dein Buch. Hier, siehst du mein Buch? Hier, guck mal. Guck mal hier, guck mal. Guck mal mein Buch her. Hi! Guck mal, geh weg! Ah! Ah! Warte mal, bin ich ein Kerl? Oh Gott. Ja, du bist schwarz. Ein schwarzer Kerl. Ja, ich wollte nur wissen, ob ich ein Kerl bin. Nein, du bist ein schwarzer Kerl, meine ich. Du bist der Tobi, den der Tobi immer spielen würde. Äh... Oh Gott. Puh. Guck mal, guck mal, ich bin jetzt die ganze Zeit mit dem Arsch vor der Kamera. Zur Kamera, Entschuldigung. Ah! Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Oh mein Gott. Mit Blut. Willst du gucken? Ist du noch da? Curry? Curry? Curry, bist du noch da? Oh Gott. Nein! Nein, wo bist du? Lass dich vorhin jetzt nicht allein. Du bist so bescheuert. Curry? Don't copy my style, bitch. Entschuldigung. Can I help you for my mother? Nein! Schokoladen aufmachen, hast du schon gemacht? Nee. Kommst du jetzt mal mit? Ah! Oh! 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 Oh mein Gott. Das ist so blöder, roter Luftballon. Ich will hier nicht weg. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Nein! Was warst du? Curry? Ohne Scheiß, ne? Es geht gar nicht, was du da machst. Ich glaube, ich brauche ein Tempo. Tempo? Ich habe genossen. Was ist das denn? Ähm. Nee, unten geht... Oh Gott! Hast du dich gerade gebeamt? Ich habe aber nicht den Schleim dahin geschockt. Curry? Curry, Curry! Curry, was ist denn los? Äh, ich sehe das nicht. Ich bin unter Wasser! Ich bin unter Wasser! Sag mal, bist du bekloppt? Ich stehe hier in der Flugbahn. Also, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Was ist denn hier passiert? Jetzt habe ich das... Hier, guck mal. Ah, ja, ich sehe es, ich sehe es. Was ist da? Hä? Ich weiß nicht. Hä, wo ist es hin? Da hinten hingeflogen! Zu der Tür! Was ist da hinten hingeflogen? Was ist denn hier los? Da hinten geflogen, ich schwöre! Wie haben wir das denn gemacht? Wie hat sich das denn... Ich habe irgendwas getriggert. Warte mal, vielleicht... Oh, was machst du? Nein! Kannst du den mal durchlassen? Der möchte irgendwo... Ah, okay. Jetzt geht's wieder. Bist du noch da? Curry? Oh nein, nicht schon wieder. Ja, hier, da. Achso. Hey, das ist eine Flasche. Ja, das können wir später gebrauchen. Dann brauchen wir nicht. Alter, es ist so dunkel. Warte mal. Ich höre doch Schritte. Curry, bitte so... Ah! Curry? Curry? Du Arsch! Du bist so kacke! Ich habe es auch nicht hochgegangen. Scheiße. Oh, Gott! Hey, machen Sie sofort die Tür auf! Entweder die Zeit in Speed oder wir nehmen die Kleidung mit. Ich glaube, das sind alle... Was ist das? Curry? Curry! Wo bist du? Hier hinter dem Kühlschrank. Hier hinter dem Kühlschrank. Alter, wie hast du das denn jetzt gemacht? Das ist ja ekelhaft. Hä? Das hat sich voll... Das hat sich voll real angehört. Okay, Pan, willst du das Geschenk aufmachen? Natürlich. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Okay, ich mache die Tastellampe jetzt erstmal nicht auf. Äh, an. Oh, das hast du aber toll gemacht. Was ist das denn? Oh, da ist die Pistole! Hä? Nein, ich will die Pistole nicht! Doch, du... AHHHHH! 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 HUUH! Ey! Mann, behal dich da! Ja, wer nicht! Wer nicht! Ist so eklig! Ja! Ja, ich habe... Ja! So gar keine Zähne, einfach im Mund, so typisch Oma halt. Ja. Okay, Pan, lass uns runtergehen, oder? AHHHHH! Okay. Alles cool, geh weg! AHHHHH! Hilf mir, finde meine Mutter. Ja, die Mutter, die kann uns mal. Nee, schon. Scheiße, haben wir denn jetzt? Oh mein Gott, ich kann mich selber erschießen? Was? Wie? Guck mal. Hä? Nein, mach das nicht! Oh mein Gott, warum geht das? Ja, Pan, wenn es mir zu eng wird, dann bin ich raus, ne? Also, es ist offensichtlich ein Rätsel, aber... Aber wir spielen es. Ja. Ich wollte das jetzt nicht sagen, aber... Der ist gerade auf mich... Was war das? Oh, nö! Spiel... Jetzt mal ohne Witz, will das Spiel mich gerade verarschen? Ich habe keine Kugel mehr, um zu schießen, aber wenn ich mich selbst umbringe, dann geht das auf einmal, oder was? Du hast dich selber umgepackt! Nein, ich... Also, ich wollte dann gucken... Ja, hm? Ich... Ich... Ja, dann dann... Tschüss, ne? Achso. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.